Mein Gott, hab ich Kopfweh heute und das liegt nicht daran, dass irgendwie der Nachbar gerade baut und hier sowieso alles biebt, sondern das liegt wirklich an den wahnsinnigen vielen News, die es gibt. Klar, natürlich, Matter 1.0. Ja, da hat der eine oder andere noch Fragen gehabt, deswegen gibt es heute ein FAQ. Das heißt, nochmal so ein paar wichtige Punkte, die es vielleicht nicht ganz so geschafft haben, reinzukommen beziehungsweise noch nicht ganz so toll erklärt waren bei meinem letzten Video. Dann gibt es natürlich aber auch wirklich tolle News, was Google betrifft. Ja, sie sind aus dem Dornröschenschlaf erwacht, kann man fast so sagen. Liegt natürlich auch irgendwo an Matter, weil sie natürlich da jetzt etwas tun mussten. Also von dem her, es gibt wirklich positive Dinge da zu berichten. Ja, zu negativen kommen wir allerdings entsprechend dann auch noch. Ich würde sagen, wir legen gleich los, denn es ist wirklich jede Menge heute. Home Assistant gibt es ja auch heute Abend, das Update. Auch da werde ich ein paar Sachen zu erzählen jetzt vorab. Und ich würde sagen, starten wir. Ich freue mich natürlich, wenn du den Weg, was Matter betrifft etc. mit mir gehen wirst. Also sei so lieb und lass gerne ein Abo hier mit der Glocke, damit du eben nichts verpasst, was eben diese ganzen Geräte betrifft. Ich werde hier wirklich alles testen, soweit schon mal versprochen. Also bis gleich. Beginnen möchte ich heute mal mit dem NS Panel Pro. Da hatte ich ja schon ein paar Sachen zu gesagt gehabt, war nicht ganz so glücklich, hat allerdings noch gewartet auf eines, nämlich auf die Version 1.3.2. Da war nämlich ein Feature, was mich brennend interessiert hat und das war der Sync mit Home Assistant. Das heißt, versprochen wurde ganz einfach, du kannst hergehen, kannst Devices, zumindest mal alles, was irgendwie Licht betrifft und alles, was schaltbar ist, entsprechend dann synken und dann soll das hier bei diesem NS Panel angezeigt werden. Yippie, yay, habe es installiert und was soll ich sagen? Ich habe bei Home Assistant tatsächlich Devices gesehen. Ja, das zeige ich dir hier und ich konnte die entsprechend auch eintragen. Und das Coole dabei ist auch gewesen, jawohl, die waren auch bei der App zu sehen. Das heißt, da konnte ich ein- und ausschalten, alles cool, soweit schön, dachte ich. Ja, dann bin ich natürlich beim NS Panel Pro hingegangen und habe da geschaut. Und was soll ich sagen? Erstmal viel Anzeige. Ja, habe ich erst mal gedacht, okay, schaust du später mal. Und was soll ich jetzt sagen? Mittlerweile Pfeifendeckel, jetzt sehe ich gar nichts mehr. Habe irgendwie alles versucht, aber nein, ich kann keine Geräte mehr synken, denn ich kriege keine Geräte mehr angezeigt. Ja, ich habe bisher auch bei Twitter was geschrieben, noch keine Rückantwort bekommen. Also ich bin jetzt maßlos enttäuscht, muss ich sagen, und ärgert mich auch gerade so ein bisschen, was da los ist. Ich weiß, die suchen Entwickler und zwar händeringend, aber es nervt trotzdem gewaltig. Ja, und da bleibt eigentlich nur eins, dank einem Blackadder, muss ich sagen. Denn der bemüht sich weiterhin, das Ding hier so richtig gebrauchsfähig zu machen, sage ich einfach mal. SIG BTM QDT ist da auch bestätigt worden bei diesem Gerät. Und ja, wenn man die Twitter-Geschichte hier verfolgt, ist das bei ihm jetzt entsprechend alles lauffähig. Das ist wirklich schön. Das heißt, er macht eine neue Oberfläche, SIG B läuft dann da drüber und vieles, vieles mehr. Ja, wenn das Ganze so ein wirklich rundes Paket ist, werde ich definitiv hier nochmal so ein Komplettvideo zu machen, wie du das Ganze dann entsprechend managst und wie du da wirklich ein tolles Gerät draus machen kannst. Also vielleicht dann doch was für dich, denk dran, es hat keine Relays, auch wenn du was Tolles zur Anzeige brauchst. Noch ist es halt vergünstigt zu haben und so wie es aussieht, kriegt man da auch was Vernünftiges hin. Zumindest, wenn man nicht die Original-Software benutzt. So, gleich eine wichtige Sache noch hier, was SmartThings betrifft. Und gleich ein Aufruf, solltest du eben SmartThings einsetzen. Du hast das ja mit Sicherheit schon mitgegickt. Und ja, QWi wird eingestellt und wenn du eben noch Treiber benötigst, dann solltest du das jetzt schleunigst entsprechend tun. Ja, für alle anderen, die sich hier nicht so ganz auskennen. Es gibt natürlich zum einen Treiber, die eingebaut sind bei Samsung SmartThings und es gibt Community-Treiber und die waren früher eben über QWi. So, das Ganze wird umgestellt, ja, auch natürlich wegen Matter und so weiter. Allerdings ist das auch auf Edge-Treiber demnächst jetzt umgestellt. Und es ist so, dass bis zum 15. diesen Monats dann entsprechend die QWi-Oberfläche eingeschränkt wird. Das heißt, du kannst eben keine QWi-Treiber dann mehr entsprechend einstellen und speichern. Solltest du also jetzt noch IoT-Geräte haben, dann solltest du die definitiv dann jetzt entsprechend über die Oberfläche einpflegen, weil später wird das vielleicht nicht mehr funktionieren. Und wenn es da eben noch keinen Edge-Treiber dafür gibt, dann hast du auf gut Deutsch, naja, ich sage das Wort jetzt mal nicht. Also, das auf jeden Fall bedenken und dann auch nicht einfach löschen die nächsten Monate und wirklich schauen, dass du entsprechende Edge-Treiber dann dafür kriegen wirst. Also, QWi wird nach wie vor dann noch funktionieren, zumindest mal dieses Jahr, so wie ich das dann mitgekriegt habe, hoffentlich. Allerdings, ja, du brauchst definitiv spätestens nächstes Jahr einen Edge-Treiber, sonst wird wahrscheinlich es irgendwann, ja, Essig sein. Und deine IoT-Geräte, die eben nicht unterstützt werden sonst, die werden dann damit nicht mehr funktionieren. Also, das erstmal dazu. Ich werde da auf jeden Fall auch mal noch ein paar, ja, Infos dazu raushauen und bin gerade sowieso dabei, mir SmartSynx noch mal ein bisschen zu Gemüte zu führen, was sich da getan hat, was das alles mit diesen neuen Treibern auf sich hat und, und, und. So, und dann kommen wir gleich zum nächsten. Ich hatte ja vor kurzem ein bisschen gemotzt irgendwie im Channel vom Discord, denn ich hatte Fregatte entsprechend abgedäht und das ging eben nicht einfach mal so ratzfatz dieses Mal. Da muss man dann schon ein paar Anpassungen machen, was die Config betrifft und so weiter und so fort. Ja, Google Choral wollte irgendwie am Anfang auch nicht. Nicht egal, lassen wir das. Aber, was soll ich sagen? Ich wurde definitiv belohnt. Die Fregatte Kart, das heißt, das, was die Oberfläche jetzt neu bietet, das ist auch schon der Wahnsinn und gefällt mir wirklich, wirklich gut. Das heißt, das Update, ja, 0.11, das rentiert sich definitiv, läuft bei mir mittlerweile auch wirklich stabil, muss ich sagen. Also, von dem her, ja, wenn du die Hürden entsprechend genommen hast, dann ist das wirklich eine schöne Sache. Solltest du Probleme haben, dann auch sehr gerne Discord-Channel. Da gibt es jede Menge Leute, die dir auch sehr gerne weiterhelfen werden. So, dann würde ich sagen, frühstücken wir Home Assistant auch gleich ab, denn heute Abend ist ja das 2022er-10er-Update. Und da beginne ich schon mal mit einer Sache, die versucht wird, ein bisschen besser zu machen, und zwar die Integration. Du kennst das vielleicht auch von anderen. Das ist wirklich immer ein Problem, vor allem bei Anfängern, das Ganze irgendwie Leuten zu verklickern. SIGBI, ein großes Beispiel. Was gibt es? Jede Menge. Es gibt FSU, es gibt Ikea, die ich jetzt hier beide gerade stehen habe. Es gibt Leute, die nutzen SIGBI-Stick, es gibt aber auch Leute, die nutzen noch viele, viele andere Möglichkeiten. Da gibt es wirklich jede Menge, nur der Anfänger, der blickt nicht durch, der hat irgendwas gekauft. Und was gibt er jetzt entsprechend ein? So, gibt er jetzt SIGBI ein? Das ist möglich. Gibt er irgendwie den Brand ein? Das ist möglich. Das heißt, jetzt wird gerade versucht, irgendwie über alle möglichen Dinge ranzukommen, um dann später, ja, deine entsprechende Integration zu haben. Kein leichtes Unterfangen, weil man natürlich auch alles entsprechend eingeben muss, dann an Schlagwörtern da drinne. Da wird mit Sicherheit sich auch noch einiges tun, aber ja, der Versuch ist schon mal auf jeden Fall sehr löblich. Das zweite betrifft die Oberfläche, und zwar gibt es dann jetzt SAP-Panels. Das heißt, du kannst einfach hergehen, ja, ein Panel oben machen, kannst das deklarieren als SAP-Panel, wird dann entsprechend nicht angezeigt. Und kannst dann zum Beispiel hergehen, ein Button machen. Und wenn du auf diesen Button draufklickst, dann kommst du entsprechend auf das SAP-Panel. Ist auf jeden Fall auch eine nützliche Sache und kannst entsprechend da nochmal so ein bisschen bei der Oberfläche demnächst spielen. So, das dritte, das hatte ich schon mal beim letzten Mal, und zwar waren das die Bluetooth-Proxys. So, das heißt, du kannst ganz einfach hergehen, wenn du wie ich zum Beispiel im ersten Obergeschoss da zum Beispiel Lightstrips hast, über Bluetooth, hatte ich tatsächlich da noch einen, dann wird das Ganze natürlich vom Erdgeschoss nicht erreicht. Und dann kannst du ganz einfach ein ESP32 nehmen. Dafür gibt es die Möglichkeit, du steckst den einfach an deinen Rechner an, ja, es gibt eine Software, drückst du drauf, geht wirklich einfach für jeden Anfänger. Und schon wird die Software entsprechend draufgespielt und kannst das Ding eben als Proxy benutzen. So, jetzt hatte ich eines gesagt, und zwar, ja, Lightstrip, das ist also eine aktive Komponente. Und das war eben noch nicht möglich, sondern es gibt eben nur die passive Möglichkeit. Das heißt, wenn du einen Sensor hast oder sowas, das entsprechend bisher zu nutzen. So, das ist aber jetzt wohl Geschichte, denn jetzt steht auch was von aktiven Komponenten. Auch das werde ich mir natürlich dann jetzt seit demnächst mal genauer anschauen, unter die Lupe nehmen. Und vielleicht mache ich dafür ein Short oder was auch immer. Mal gucken. So, noch eine Sache, ja, Google Sheets gibt es jetzt. Das heißt, keine Ahnung, du willst eine Auswertung dann jetzt in einem Google Sheet haben oder sowas. Das ist dann demnächst auch möglich. Allerdings die umgekehrte Geschichte nicht. Das ist mir als erstes in den Sinn gekommen. Machst du einen Google Sheet, um irgendwas zu automatisieren. Schreibst dort für mir aus irgendwelche Zeiten rein. Statt einer Automatisierung hast du denn so einen Google Sheet, den du dann abgearbeitet kriegst. Das funktioniert damit im Moment nicht. Es gibt natürlich noch ein paar weitere Dinge, die ich dir einfach mal so kurz durchscrolle. Aber im großen Ganzen war es das. Ja, und ansonsten schaust du dir heute Abend ganz einfach den Stream an. Da wird auch noch das ein oder andere über Matter erzählt. Ja, und eine Sache, die werde ich jetzt gleich mal hier los, obwohl es nachher ja mit Matter noch mehr gibt. Denn, eins ist schon mal klargestellt, ja, Home Assistant ist entsprechend ein Controller, was Matter betrifft. So, das heißt, ja, du kannst mit Home Assistant entsprechend dann Sachen kontrollieren. Das heißt, Matter-Geräte kontrollieren. Was aber nicht der Fall ist, dass das eine Bridge ist. Das heißt, ähnlich hier wie Philips Hue zum Beispiel. Das heißt, hier irgendwelche Zigbee-Geräte, die du dann entsprechend steuern kannst. Das ist definitiv nicht der Fall. Das müsste noch jemand entwickeln. Das habe ich auf jeden Fall so nachgefragt. Das heißt, das kommt aus offizieller Quelle. Gott, ich glaube, ich muss schneller werden. Machen wir mal mit den Amazon-Geräten weiter. Da gab es ja auch vieles Neues. Ja, das heißt zum einen mal die Echo-Dots. Das heißt, ja, die haben natürlich jetzt einen verbesserten Klang. Dann gibt es tatsächlich einen Temperatursensor und noch einen Gyro. Das heißt, du kannst demnächst auch da drauf drücken. Das ist auf jeden Fall auch schon mal eine nützliche Sache. Das Ganze gibt es auch noch als Kids-Edition jetzt. Ja, Weihnachten steht ja auch vor der Tür. Das heißt, so zwei nette Geschichten dazu. Und dann nochmal das Ganze mit Uhr. Kennst du ja auch schon. Da ist das ganze Display auch noch ein bisschen vergrößert worden, damit man da eben entsprechend mehr sieht. Auch der Echo Studio entsprechend ist verbessert worden. Und da habe ich bei Kollegen schon gehört, dass der tatsächlich nochmal einen ordentlichen Wumms zulegen konnte. Also von dem her, der klang wohl anscheinend relativ gut. Ja, das nächste ist der Würfel. Das heißt, der Cube in der dritten Version. Ich habe die zweite Version ja hier. Ist ja ganz okay gewesen. Ja, allerdings jetzt für den Preis, den finde ich jetzt wirklich ein bisschen happig. Ich weiß, da ist natürlich jetzt ein HDMI-In zum Beispiel drin und die neue Fernbedienung drin. Ja, mag ja alles durchaus sein. Und ja, der neue Prozessor, der interessiert irgendwie so gar keinen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Meiner tut alles das, was er tun soll. Es sei denn, du möchtest mit ADB noch irgendwelche Zusatzsoftware installieren, was natürlich Amazon nicht gerne sieht. Da muss man auch klipp und klar mal dazu sagen. Ja, die 6Gi-Unterstützung, okay, die gibt es natürlich auch noch. Macht aber den Bock im Moment natürlich auch nicht fett. Was ich eher interessant finde, was so nebenher gesagt wurde, war jetzt diese Zeitsteuerung. Das heißt, keine Ahnung, ich schalte das Licht in 10 Minuten aus. Das ist wirklich eine nützliche Funktion. Keine Ahnung, abends zum Einschlafen finde ich gut. So, dann gibt es für den Echo Show 15, den ich ja benutze bei mir im Flur. Deswegen ist das für mich nicht so interessant, die Fire TV-Funktionalitäten dann jetzt. Das heißt, du kannst natürlich dann jetzt Movies schauen etc. pp. Das ist natürlich für den einen oder anderen auch ganz nützlich, wenn er das in der Küche oder sowas stehen hat. Dafür natürlich dann jetzt auch Daumen hoch. Schöner wäre es, wenn die Smart Home-Funktionalität entsprechend mal noch ein bisschen besser wäre. Das heißt, das mit den Reitern etc. einstellbar. Aber lassen wir das. Dann würde das nämlich auch bei den Fernsehern toll funktionieren, die sie nämlich jetzt auch auf den Markt geschmissen haben. Allerdings dort erst für den amerikanischen Markt etc. Das heißt, die sind eben noch nicht in Deutschland zu haben, die Q-Lets. Deswegen nichts weiter dazu gesagt und auch nichts weiter dazu gesagt, dass es einen neuen Echo Auto gibt. Ja, der ist jetzt ein bisschen schmaler geworden. Die Mikros sollen noch ein bisschen besser hören, wenn im Auto natürlich Nebengeräusche sind etc. So, und jetzt kommt für mich das Beste, nämlich das 10,2 Paper Display. Das heißt, ja, Kindle-mäßig. Das heißt, du kannst deine Bücher lesen etc. Hast jetzt allerdings einen Stift und dieser Stift ist stromlos. Das ist natürlich cool. Dann hast du die Größe. Kannst tatsächlich dann, wenn du Bücher liest, entsprechend auch Notizen entsprechend da verfassen. oder kannst du überhaupt Notizen verfassen. Also von dem her, ja, fand ich echt wirklich spannend. Allerdings habe ich den Preis dann gesehen und 369 Euro für die kleinste Variante. Ich glaube, das sind 16 GB. Ja, da muss ich auch erst mal wieder schlucken. Klar, ist natürlich innovative Technik. Allerdings ging ich dann noch mal in mich und sagte, mein iPad tut es, glaube ich, hier auch. Auch wenn natürlich die Laufzeit da super lange ist etc. Nö, habe mich dann doch dagegen entschieden. Ja, wenn du das irgendwie nutzen kannst. Ich habe natürlich alle Links, wo man schon mal vorbestellen kann, unten rein und sage schon mal vielen Dank dafür. So, damit wir endlich mal was anderes haben. Eufy, die Homecam 3, die ist dann jetzt auch draußen mit 4K. Das ist eine schöne Sache und kannst da ja auch entsprechend lange aufnehmen mit der Homebase. Wenn du das Ganze ein bisschen anders haben möchtest, weil die kostet natürlich jede Menge Geld, dann guckst du bei der Spotlight bei Ring entsprechend. Allerdings, ja, da zahlst du ja anders, denn da hast du ja entsprechend ein Abo. Ich glaube, das kleinste war knapp 30 Euro im Jahr oder 100 Euro, wenn du mehrere Geräte hast im Jahr. Von dem her, ja, da zahlst du natürlich für die Cloud entsprechend und das ist auch nur eine HD-Auflösung. Also irgendein Tod wirst du wohl immer sterben müssen. So, dann noch ein Kickstarter-Projekt. Flick Twist, den Flick-Button, den habe ich ja hier und ich freue mich, dass jetzt der Flick Twist dann wohl bald endlich rauskommt. Den werde ich natürlich auch auf meinem Kanal vorstellen. Damit kannst du wirklich eine Vielzahl an Geräte steuern. Philips Hue hat ja auch etwas Neues rausgebracht mit Drehrad und verschiedenen Knöpfen. Stell dir das ähnlich vor und damit soll man allerdings viel, viel steuern können und auch das Ding soll Meta-Ready sein dann. Von dem her bin ich da auch mal sehr, sehr gespannt drauf. Dann noch den Nest WiFi Pro, den es jetzt gibt und zwar natürlich als einfache Version oder zwei Stück oder drei Stück wird natürlich dann entsprechend günstiger. Ja, das WiFi 6e ist da auch schon an Bord. Ja, das unterstützt natürlich noch nicht jedes Gerät und wenn du viel IoT hast, dann sowieso nicht. Das ist dann eher schon für deine Devices wie, keine Ahnung, das neueste iPhone oder was auch immer entsprechend. Ob du das dann da schon brauchst, das mag da halt dahingestellt sein. Allerdings eine Sache, die hat es dann definitiv auch, natürlich eine Meta-Unterstützung. Ja, das ist doch auf jeden Fall auch schon eine coole Sache. Und das Ding soll so einiges an Quadratmetern auch leisten können. Also von dem her gar nicht mal so verkehrt. Da zuckt es doch ein bisschen in den Fingern, auch wenn ich Unify natürlich hier habe, das mal auszuprobieren. So, und wir hatten ja jetzt schon einiges Meta, deswegen der Übergang. Meta 1.0, ja, ist fertig gewesen. Mein Video zu Meta habe ich ja gemacht, da kannst du dir alles Grundlegende noch mal anschauen dazu. So, und nun, ja, nun läuft der Zertifizierungsprozess. Das heißt, ich habe auf der Webseite geschaut und, ja, ich habe noch kein einziges Meta-Gerät gesehen, was bisher zertifiziert ist, sondern eben nur Zigbee-Geräte. Ja, war ja früher auch das Zigbee-Konsortium entsprechend, bevor ich es umgenannt hatte. Klaro. Ja, bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Am 3. November entsprechend wird das Event stattfinden. Ist ja also noch ein bisschen Zeit. Vielleicht, ja, sehen wir dann das ein oder andere Gerät entsprechend. Aber, ich muss sagen, ja, was Google betrifft, hat das mal definitiv wirklich tolle Auswirkungen gehabt. Ja, die sind aus dem Donröschenschlaf aufgewacht. Und, ja, da muss ich sagen, Wahnsinn, was es da Neues gibt. Ja, ich hoffe mal, dass die natürlich da jetzt Vollgas geben, weil das ist ja so ein bisschen eingeschlafen gewesen, vor allen Dingen, was die Google Home-App betrifft. Und bis 2023 soll es da wirklich tolle, tolle Neuigkeiten geben. Ja, weniger tolle Neuigkeiten ist beim Start wohl, dass der Multi-Admin noch nicht fertig ist. Habe ich ja bei mir im Video erklärt gehabt. Der Multi-Admin heißt, dass du viele verschiedene Geräte nutzen kannst. So, das heißt, egal, ob es eben Amazon ist, ob es Google ist oder ob es Apple ist. Entsprechend, mit dem du eben deine Meta-Devices kontrollieren möchtest. Ja, Pfeifendeckel. Normalerweise können das die Geräte gleichzeitig und können sich gleichzeitig registrieren. So, als Controller. Das scheint aber eben noch nicht so zu sein. Das heißt, du wirst dir am Anfang vielleicht einen Controller aussuchen müssen. Und das, das hinterlässt schon wieder ein bisschen Kopfschmerzen, muss ich mal sagen. Außerdem habe ich hier noch eine Webseite gefunden, die möchte ich dir eben mal nicht vorenthalten. Ja, da plaudert ein Insider entsprechend mal so ein bisschen was aus. Ja, hier siehst du die Webseite von Stasi on IoT. Und hier zum Beispiel, ja, bei einem Panel, wo sie entsprechend dann auch mit dabei war, mit so einigen, die eben damit auch was zu tun haben. Das heißt, die sollte schon ein bisschen Ahnung haben. So, und das erste ist, consumers will still need a lot of apps. Ja, das ist auch vollkommen richtig. Das heißt, alle machen natürlich trotzdem irgendwo ihr Süppchen. Der Standard sagt erstmal, dass diverse Sachen funktionieren, aber eben nicht alles. Das heißt, keine Ahnung, ob es Philips Hue ist oder sowas. Die werden natürlich trotzdem noch die Philips Hue App brauchen für, keine Ahnung, Hue Entertainment oder sowas. Ja, das war aber eigentlich auch fast zu erwarten. Aber natürlich, ja, für Smart Home Beginner natürlich trotzdem nicht lustig. Da gibt es jetzt endlich Matter und du hast trotzdem für alle noch eine App da. Klar. Das zweite, natürlich, habe ich ja schon angesprochen, es sind nicht alle Sachen da bei 1.0. Ja, aber natürlich bei 2.0 oder so oder 1.2 wird das mit Sicherheit dann schon mal besser werden. Vielleicht gibt es dann auch die Videokameras etc. Oder natürlich Staubsaugerroboter. Klar. So, how to add a bunch of existing devices to more than one controller, hatte ich gerade angesprochen. Ja, sieht im Moment schlecht aus. Und struggle with complicated routines. Auch klaro, wenn du natürlich dann verschiedene Dinge dann nutzt für Routinen. Ja, bin mal gespannt, wie es da denn aussehen wird. Ob du es halt bei Amazon machst, ob du es bei Google machst oder wo auch immer. Und, ja, still have to build for multiple ecosystems. Das ist natürlich dann auch ganz schlecht. Das soll ja definitiv verhindert werden. Also, du siehst, ganz so toll ist das im Moment noch nicht, was Matter betrifft. Aber das ist klar. Das ist die Version 1.0. Und hoffen wir mal, dass das definitiv noch besser wird. So, würde ich mal sagen, machen wir gleich weiter mit den Fragen. So, hier steht ja Bridge, Gateway, Controller. Was denn nun? Alles gar nicht so einfach. Das stimmt. Ja, Controller hatte ich dir am Anfang gesagt. Das heißt Home Assistant zum Beispiel. Was einige nutzen, ähnlich wie IO, Programmer, FHM oder sonst irgendwie, wird Controller werden von eben Matter. Das heißt, du kannst Matter-Geräte damit entsprechend dann steuern. So, nicht mehr und nicht weniger. So, genauso wie eben mit der Google Home App und so weiter und so fort. Dann haben wir noch die Bridges. Bridges ist ein Typ, ein unterstützter Typ. Genauso wie eben Beleuchtung. So, und ein dieser Bridgen ist halt diese von Philips Hue. Das heißt, Philips Hue hat ja weiter hinten dran noch Zigbee-Geräte, die gesteuert werden, eben über die Bridge. Und da vorne dran, da wird halt demnächst auch Matter gesprochen über das IP-Protokoll. So, so einfach und so gut. Gut, das ist dann allerdings auch genau das, was wir vorher schon angesprochen hatten. Ja, das heißt, U Entertainment etc. wirst du nicht über Matter wahrscheinlich steuern können. Bin echt mal gespannt, wie das später dann aussehen wird. Also, gern ein Abo hier lassen. So, das ist das. Funktioniert soweit. Gibt allerdings dann auch wieder die andere Geschichte, nämlich SmartThings. SmartThings ist noch eine ganz andere Geschichte, weil da wird sowieso gerade alles Mögliche umgestellt. Kommen wir gleich nochmal dazu. Eine Warnung. Da wird es wohl so sein, laut einem Interview von The Verge, dass die Geräte, die angelernt sind, das heißt die Zigbee-Geräte, aber auch C-Wave-Geräte, die du hast, nicht eben wie bei der Philips Hue Bridge entsprechend dann gesteuert werden können. So, sondern das ist eben nur das Gerät, mit dem du dann Matter-Geräte dann auch einlernen kannst und steuern kannst. Ja, du siehst, das ist das, was es schon wieder hochkompliziert macht. Und genau das sollte für die Anfänger eigentlich nicht so sein. Und ja, das ist was. Geht mir schon wieder ein bisschen auf den Senkel, aber ist leider so. So, Michael schreibt, hoffe, jemand entwickelt sowas wie eine Matter-Device-Emulation. Ja, da könnte man auch endlich ohne Umwägen lokal jegliche Sensoren in Home Assistant, ESB Home, Tasmoda, bababa. Ja, über Alexa etc. Abfragen, Prinzip-Geräte, auch unoffizielle Matter-Unterstützung und so weiter und so fort. Ja, wäre theoretisch natürlich denkbar. Und ich habe auch gefragt, gehört im Discord-Channel bei Home Assistant und ja, theoretisch denkbar. Das heißt, du könntest natürlich eine Art Bridge dann bauen. Ist natürlich im Moment nur noch nicht vorgesehen, aber ja, ich hätte beinahe gesagt, tu dir keinen Zwang an. Dann ist natürlich eine denkbare Alternative, das zu machen. Und dann kannst du natürlich da auch alle Geräte steuern drüber. Ist auf jeden Fall eine schöne Sache, klar. Ja, dann Peter schreibt, mir fehlt zum Beispiel, was bei Philips Hue zwar Matter kommt, aber dass der Funktionsumfang bei anderen Systemen erheblich reduziert ist, da sie ihre Bridge weiter voranbringen wollen. Ja, wie sieht es mit anderen Kandidaten aus? Machen die es genauso? Ja und nein. Bin mal echt gespannt. Kann ich dir natürlich jetzt noch nicht beantworten. Und ich weiß auch nicht, wie Ikea es machen wird. Aber Ikea geht ja wirklich einen anderen Weg als Philips zum Beispiel. Die bringen ja ein neues Gateway raus. Die bringen eine neue App raus. Das heißt, bei denen wird auf gut Deutsch alles neu. Und die nutzen dann ja auch Thread. Zigbee wird weiter funktionieren. Also keine Sorge, deine alten Komponenten kannst du dann natürlich nutzen. Ob du die neu anlernen musst. Ich gehe mal stark von aus. Leider Gottes. Aber auch da werde ich natürlich testen und werde euch auf dem Laufenden halten. Klipp und klar. Ja, du siehst, das kann man alles nicht verallgemeinern. Und man muss halt jetzt wirklich schauen, wie es weitergeht bei dem einen oder anderen. So, dann haben wir nochmal eine Frage. Wie ist das mit dem Protokoll aufgebaut? Können Hersteller eigene Datenpunkte erzeugen oder beschränkt wie bei HomeKit? Ja, kennt man ja. Allerdings nicht nur HomeKit. Bei Google war das ja auch so, dass diverse Sachen immer gefehlt haben und dieses Jahr sogar schon nachgeliefert wurden. Ja, zum einen mal Schlösser oder sonstige Sachen, die vorher eben nicht da waren. Da muss ich dich wahrscheinlich auch enttäuschen. Meta 1.0 hat diverse Sachen, die vorgeschrieben sind. Und da kann ich einfach jetzt ein Hersteller hergehen und kann das Ganze erweitern. Ich habe bei diversen Sachen im Source-Code gesehen, dass diverse Geräte natürlich versuchen, da Sachen, ja, will ich mal sagen, zu umschiffen, wie auch immer. Ja, allerdings, das passiert wirklich im festgelegten Rahmen. Also von dem her, ja, wird es wahrscheinlich dann ähnlich drauf hinauslaufen, bis Meta 1.1, 1.2, 2.0 kommt, etc. Werden wir uns wohl auch dran gewöhnen müssen. So, dann. Irgendwelche spannende Produkte, die es vorher nicht gab. Zum Starten und Leuchten und Rohrläden. Ich hoffe mal nicht. Ein bisschen mehr wird wahrscheinlich schon kommen. Ist ja auch ein bisschen andere Dinge angekündigt gewesen, was Thread betrifft. Ja, siehst du ja bei Eve oder sonst irgendwas mit ihren Sachen, die am Start sind. Das heißt, es ist natürlich schon wesentlich mehr, was da auf jeden Fall dann Meta zertifiziert sein wird. Definitiv. Aber ob es Spannendes Neues gibt, da gucken wir jetzt einfach die nächsten Wochen mal bis November. Aber ich werde immer mal wieder da reinschauen, ob denn irgendwas zertifiziert wurde. Und dich natürlich auf dem Laufenden halten, wenn es wirklich super spannend ist. Dann natürlich von mir aus in einem Short oder sowas. Im Moment spricht sich ja die Community übrigens. Danke dafür, dass so viele teilgenommen haben. Ja, dafür auch so ungefähr 50-50. Ja, Shorts zu machen bei wichtigen Dingen oder das Ganze gebündelt. Wie heute. Allerdings, heute muss ich sagen, ist es sehr gebündelt und ja, ziemlich viel. Ich hoffe, du bist noch nicht eingeschlafen. So, dann noch irgendwas. Ja, was wird aus C-Wave zum Beispiel? Ja, was soll daraus werden? Nichts weiter läuft nach wie vor. Das heißt, wenn du in, keine Ahnung, IO-Broker, Home Assistant, deine C-Wave-Sachen eingebunden hast, so wie ich auch, dann laufen die natürlich einfach mal so weiter. Und wenn du so ein System hast, hast du ja sowieso erstmal gar kein Problem. Alles läuft, bin nach wie vor. Und ja, man kann einfach das Ganze sich weiter anschauen, wie das eben mit Matter wird, welche Geräte es da vielleicht gibt und kann dann sagen, okay, nehme ich in Zukunft die und erweitere mein System. Oder lass das Ganze aus C-Wave hat nach wie vor neue Produkte. Das heißt, wenn du damit glücklich bist, dann ist doch gut. Das trifft übrigens für alles zu, um da so ein kleines Schlussstatement zu setzen. Verfalle jetzt nicht in Panik oder sowas, sondern schau dir das Ganze einfach in Ruhe an, was jetzt die einzelnen Hersteller die nächsten Monate machen werden. Denn daran wird auch wirklich vieles hängen. Und Google, Google macht definitiv im Moment vieles richtig. Ja, und gibt Vollgas, habe ja schon gesagt, aus den Dornröschenschlaf. Und da kommen wir jetzt zu. Denn es gibt neue Automatisierungen in der Google Home App dann. Und noch viel besser, nicht nur das, wo du dann jetzt hier einfach mal siehst, was du demnächst so als Trigger benutzen kannst. Das ist eben wirklich ein Haufen mehr. Nein, du kannst dann auch noch hergehen und das ist besonders cool. Demnächst das Ganze über einen Editor machen. Das heißt, wenn du irgendwas eben kopieren musst oder so, das war ja eigentlich immer ein Kraus. Dann kannst du das demnächst über den Editor machen. Das heißt, ja, Copy, Paste und schon ist die Sache geritzt. Also da freue ich mich drauf, dass wir 2023 kommen. Und überhaupt, Matter hat bewirkt, dass jetzt eben alles zusammenwächst. Das heißt, alles in der Google Home App entsprechend und die natürlich auch angepasst wurde, auch wegen Matter. Das heißt, du wirst da eben alles finden. Neste wird ja entsprechend da reinkommen. Und schau dir das an, auch was Video betrifft. Das heißt, ja, deine Kameras entsprechend. Auch das ist da neu und sieht eigentlich wirklich ganz cool aus. Also von dem her, wow, kann ich da nur sagen, wirklich aus dem Dornröschenschlaf erwacht. Denn da ist wirklich eine riesenlange Zeit nichts Vernünftiges passiert. Wow, und habe mich schon ein bisschen geärgert. Auch wenn das so aussieht und so weitergeht, dann könnte Google eine echte Konkurrenz endlich werden. Und Amazon muss sich da ein bisschen warm anziehen, weil die App geht mir mittlerweile auch ein bisschen auf den Keks. Nicht, dass ich sie groß brauchen würde, weil ich eben Home Assistant nutze. Aber ja, für einige andere, da tut sich ja im Moment auch nicht so arg viel. Die fangen wirklich an, wie Google sich so ein bisschen drauf auszuwohnen und einfach neue Geräte auf den Markt zu werfen. Aber auch das, denke ich mal, wird irgendwann ein Ende haben. So, puh, das war ein ganzer Haufen. Ja, schreib du mir mal sehr gerne rein, was du von dem Ganzen hältst. Ob du sagst, Meta wird ein Rohrkrepierer und ob du sagst, ja, Google wird jetzt halt hier wirklich Vollgas geben. Bin auf jeden Fall mal gespannt darauf. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du ein Abo dalässt, die Glocke und ein Däumchen, wenn dir das Video gefallen hat. Ja, wir sehen uns in naher Zukunft öfter, was das Thema Meta betrifft. Ich bin auf jeden Fall gespannt und es wird eine interessante Zeit, das war. Definitiv. Und deswegen so long. Bis dann. Ciao, ciao. Euer Jörg. Ich bin auf jeden Fall.